Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich mir drei verschiedene Lose gekauft. Fangen wir mal an mit diesem Lose. Jetzt habe ich mir die alte Sieben gekauft. Dann habe ich mir einmal die goldene Sieben gekauft. Und einmal eine Platin-Sieben. Nun werde ich sie gleich freirubbeln. Mal gucken, was ich gewonnen habe. Zuerst fangen wir mit der heißen Sieben an. Das kann man bis 15.000 Euro gewinnen. Und so ist die Stapelung. Fokussier, fokussier du scheiß Kamera. Dann wollen wir mal. 3, 0, 4, 1. Das war eine Niete. Okay, können wir mal die Zeit noch freirubbeln. Nichts gewonnen. Jetzt bleibt die zweite alte Sieben. 8, 0, und wieder nichts gewonnen. Was für ein Pech habe ich heute hier. Verdammte Scheiße. Jetzt folgt die goldene Sieben. Mal gucken. Ne, erstmal hier die Gewinnchancen. Die Spielregel, vielleicht kennt die jeder. Mal gucken. Mal gucken. So, jetzt mal wohl ein bisschen, wie dann nicht, da ja, ja. zum schluss die platin 7 hier muss ich was gewinnen jetzt sonst ist das blöde immer mal die gewinnt hier gibt es ja zahlen bis war mit dem komplett verarschen alter hier kein gewinn alles nieten hier aus der windel zerscheiden hätte ich nicht gewinnen können bett 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 Das war's. Wenn wir uns eigentlich 1000 Euro hätte ich gewinnen können. 500.000 Euro, krass. Naja gut Leute, vielleicht habt ihr ja mehr Glück wenn ihr mal los spielt, keine Ahnung. Das war's auch schon wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. So. Untertitelung des ZDF, 2020